Wie wäre es, wenn du den Januar nutzt, um einmal etwas ganz, ganz Neues auszuprobieren? Hallo, ich bin der David und bei mir kannst du ganz einfach Tai Chi lernen. Ja, und ich lade dich jetzt auch wirklich ein, mit mir gemeinsam mal Tai Chi im wahrsten Sinne des Wortes zu erfahren. Gewinne mehr Ruhe im Geist und lerne den Körper richtig gut zu entspannen. Den Online-Kurs schenke ich dir, denn ich möchte, dass du jetzt wirklich mal Tai Chi erfährst, von den wohltuenden Wirkungen, selbst profitieren kannst und auch mal in die Umsetzung kommst. Und das Beste ist wirklich, du kannst selbst entscheiden, wann du den Kurs machen möchtest, wo du den Kurs machen möchtest. Das ist das Besondere bei den Tai Chi Online Kursen, dass du komplett frei bist und das super in deinen Alltag integrieren kannst. Wie das genau geht und alle weiteren Infos findest du unten in der Beschreibung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dich im Tai Chi Ausprobieren Online Kurs im Januar wiederzusehen.